Hans Hubert Berti Vogts ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer. Berti Vogts spielte innerhalb von 14 Jahren 419 Mal in der Fußball-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Kein anderer Spieler war in der Bundesliga häufiger für diesen Verein aktiv. Er trainierte die Nationalmannschaften von Deutschland Kuwait, Schottland, Nigeria und Aserbaidschan. Sein größter Erfolg als Trainer war der Gewinn der Europameisterschaft 1996. Spielerkarriere Vogts begann seine fußballerische Karriere beim VfR Büttgen, für den er von 1954 bis 1965 spielte. Anschließend wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und blieb dort bis 1979. Insgesamt bestritt er für diesen Verein 419 Bundesligaspiele und wurde fünfmal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und zweimal UEFA-Pokalsieger, wobei er als Verteidiger 33 Tore erzielte. Bei seinen 64 Europa-Pokalspielen schoss er acht Tore. Weil er seine Gegner stets attackierte, wurde der kämpferische Vogts auch der Terrier genannt. Er gilt als trainingsorientierter Spieler, der mit großem Fleiß zur Weltklasse gelangte. Nationalmannschaft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spielte Vogts von 1967 bis 1978. Sein erstes Länderspiel war das mit 0 zu 1 verlorene. EM-Qualifikationsspiel in Belgrad gegen Jugoslawien am 3. Mai 1967. Zuvor hatte er drei U-2-3 Länderspiele und neun Jugendländerspiele bestritten. Er absolvierte insgesamt 96 A-Länderspiele, in denen er ein Tor erzielte und gehört damit zu den zehn Spielern mit den meisten Einsätzen in der Nationalmannschaft. Er kam in 85 Prozent der ausgetragenen Länderspiele zum Einsatz. Lediglich Franz Beckenbauer erreichte von den Spielern mit mindestens 80 Länderspielen eine höhere Quote. Er stand dabei in 95 Spielen in der Startaufstellung und wurde lediglich dreimal ausgewechselt. Außerdem war er 20-mal Spielführer. Als Höhepunkt seiner Länderspielkarriere gilt der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Bei der gewonnenen Europameisterschaft 1972 gehörte er zum Kader, kam aber verletzungsbedingt nicht zum Einsatz. 1976 erreichte die Nationalmannschaft das Endspiel um die Europameisterschaft, verlor jedoch im Elfmeterschießen. Seine Länderspielkarriere endete am 21. Juni 1978 mit dem mit 2 zu 3 verlorenen WM-Zwischenrundenspiel gegen Österreich in Argentinien, bei dem er ein Eigentor schoss. Nach dem Turnier, in dem er die deutsche Mannschaft als Kapitän anführte, hat Vogts in Bezug auf die herrschende Militärjunta gesagt, Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Trainerkarriere Nach seiner aktiven Fußballerkarriere wurde Vogts zunächst von 1979 bis 1990 Nachwuchs- bzw. Jugendtrainer beim DFB, bevor er von 1986 bis 1990 unter Teamchef Franz Beckenbauer, dem für die Nationalmannschaft zuständigen Trainer, starb, angehörte. Von 1990 bis 1998 war er Bundestrainer. Dabei stand er in 102 Spielen an der Seitenlinie. Vogts erreichte zwar nach Helmut Schön die meisten Siege als Bundestrainer, saß jedoch auch nach Schön die meisten Spiele als Bundestrainer auf der Bank, wenn man die Reichstrainerzeit von Sepp Herberger nicht mitzählt. Er erreichte als Bundestrainer sowohl mit alter Punktwertung als auch mit neuer Wertung nach dem aktuellen Bundestrainer Joachim Löw die zweitbeste Quote aller Bundestrainer. Während seiner Amtszeit oft sehr umstritten, blieb sein größter Erfolg in acht Jahren als Bundestrainer, abgesehen von drei erfolgreich bestrittenen Turnierqualifikationen, der Gewinn des Titels bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England. Zudem wurde Deutschland unter seiner Leitung Vize-Europameister bei der EM 1992 in Schweden und gewann 1993 in den USA den nur wenig in Erinnerung gebliebenen US-Cup, der in jenem Jahr den Charakter eines Vorbereitungsturniers für die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 hatte. Bei den Weltmeisterschaften 1994 in den USA und 1998 in Frankreich erreichten die von Vogts geführten Nationalmannschaften jeweils das Viertelfinale, Viertelfinale, der als Spieler durchaus populäre Vogts hatte als Bundestrainer bei den Medien und der Fußballanhängerschaft stets einen schweren Stand. Als Ursache dafür wird U. A. sein bisweilen als ungeschickt empfundener Umgang mit den Medien oder die begrenzte Fähigkeit zur Führung charakterlich schwieriger Spieler, gesehen, nach dem unerwarteten Ausscheiden als ein Turnierfavorit bei der WM 1994 im Viertelfinale gegen Bulgarien und öffentlich ausgetragenen Querelen. Innerhalb der Mannschaft Z. B. um die Spielerfrauen oder den damaligen Nationaltorwart Bodo Yldner, soll ihn nach eigenen Angaben nur ein Telefonat mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und die Solidarität des DFB-Präsidenten Egidius Braun vom Rücktritt abgehalten haben. Mit dem Titelgewinn bei der EM 1996 erreichte seine Popularität als Bundestrainer dann ihren Höhepunkt, sank jedoch nach dem Ausscheiden Deutschlands im Viertelfinale der WM 1998 wieder rapide ab. Fuchts Bestrebungen, dennoch im Amt zu bleiben, um einen erforderlichen Neuaufbau der Nationalmannschaft noch selbst betreiben zu können, erwiesen sich nach einem ernüchternd verlaufenen Lehrgang auf der Insel Malta Anfang September 1998 als nicht mehr realisierbar. Nach Fuchts Rücktritt als Nationaltrainer im September 1998 wurde er am 9. November 2000 Cheftrainer von Bayern 04 Leverkusen. Dort erreichte er jedoch trotz guter Mannschaft und zeitweiliger Tabellenführung am Saisonende nur den vierten Platz in der Bundesliga und ging am 21. Mai 2001. Danach erfolgte ein etwa halbjähriger Einsatz vom 12. August 2001 bis 28. Februar 2002 als Nationaltrainer von Kuwait. Schließlich berief ihn der schottische Fußballverband am 1. März 2002 als ersten nicht schottischen Trainer zum Nationaltrainer von Schottland, wo er einen Neuaufbau der schottischen Mannschaft mit jungen Spielern durchführen sollte. Unter Verzicht auf etablierte Spiele verpasste er jedoch die Qualifikation für die EM 2004. Nach schlechtem Start in die Qualifikationsrunde für die WM 2006 mit nur zwei Punkten aus drei Spielen trat Fuchts am 1. November 2004 nach 32 Spielen. Davon zwei gegen Deutschland in der Qualifikation für die EM 2004 zurück. Fuchts begründete in der Öffentlichkeit die Beendigung seiner Tätigkeit als Nationaltrainer nicht mit dem ausgebliebenen sportlichen Erfolg der schottischen Nationalmannschaft. Er erklärte vielmehr für viele Sportjournalisten überraschend, dass durch andauernde Belästigungen und Schmähungen aufdränglicher schottischer Fußballfans, die sogar seine Privatsphäre angetastet hätten, die zur Fortführung seiner Arbeit notwendige ruhige und sachliche Atmosphäre nicht mehr gegeben gewesen wäre. Im Januar 2007 unterschrieb Fuchts einen Vertrag beim Nigerianischen Fußballverband. Am 1. März 2007 übernahm er dort das Amt des Nationaltrainers. Ziel war es, die Mannschaft zur WM 2010 zu führen. Als Assistenten verpflichtete er Thomas Hessler und Uli Stein. Am 24. März 2007 gewann die nigerianische Nationalmannschaft ihr erstes Spiel unter dem deutschen Trio mit 1 zu 0 gegen Uganda. Bei der Fußball-Afrikameisterschaft 2008 erreichte sein Team nur knapp die Endrunde und schied im Viertelfinale gegen Ghana aus. Immer wieder kritisierte Fuchts den nigerianischen Verband für ausstehende Prämien und Gehälter für sich und seine Spieler. Am 20. Februar 2008 legte Fuchts das Amt des Cheftrainers Nigerias nach 15 Spielen nieder. Am 4. April 2008 unterschrieb er als Trainer der aserbaidschanischen Nationalmannschaft einen Vertrag mit Laufzeit bis 2009. Nach erfolgreichen Resultaten wurde der Vertrag mit der AFA bis zum Ende der Qualifikationsrunde zur EM 2012 verlängert. Dabei traf er sowohl in der Qualifikation für die WM 2010 als auch in der Qualifikation für die EM 2012 auf die deutsche Mannschaft. Er ist damit der erste deutsche Trainer, der sechsmal mit einer anderen Nationalmannschaft gegen Deutschland antrat. Am 11. November 2011 saß er beim Spiel gegen Albanien zum 200-mal als Nationaltrainer auf der Bank, davon 41-mal für Aserbaidschan. Nur fünf Nationaltrainer haben mehr Länder Spiele. Ende Oktober 2011 hatte Fuchts zunächst seinen Abschied aus Aserbaidschan angekündigt. Am 30. November verlängerte er aber seinen Vertrag bis 2014. Im Dezember 2013 verlängerte er seinen Vertrag um zwei weitere Jahre und führte Aserbaidschan in die Qualifikation zur EM 2016. Fuchts agierte während der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Bei der die USA in der Vorrunde auch auf Deutschland traf. Als Scout und technischer Berater für die Fußball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten. Die Arbeit als Nationaltrainer Aserbaidschans beendete Fuchts am 17. Oktober 2014 aus eigenem Antrieb. Der misslungene Start in die Qualifikation zur Euro 2016 und die fehlende Perspektive gaben dafür den Ausschlag. Privates. Fuchts verlor im Alter von zwölf Jahren zunächst seine Mutter, die an Leukämie verstarb. Ein Jahr später starb sein Vater nach Herzproblemen. Fuchts lebte danach in finanziell sehr bescheidenen Verhältnissen bei seiner Tante, bei der er seine restliche Jugend verbrachte. Er machte als 1,9-Jahr-Jähriger eine Lehre in der Metallverarbeitung. Nach der Lehre begann er, bei Borussia Mönchengladbach Fußball zu spielen. Einige Beobachter meinen, der Trainer Hennes Weisweiler sei dann einige Jahre für ihn so etwas wie eine Vaterfigur gewesen. Näheres findet sich in der Biografie Berti Fuchts von Hans Blickensdörfer und in seiner Autobiografie Klein, aber oho. Fuchts ist geschieden und hat einen Sohn. Ende Februar 2007 wurde Fuchts für sechs Jahre in den Kirchenvorstand seiner Heimatgemeinde Sankt. Dionysius in kleinen Bruch gewählt. Verschiedenes. 1994 sang Stefan Raab in seiner Sendung »Viversion« während der Berichterstattung zur Fußball-WM in den USA eine spöttischen Rapsong über den damaligen Bundestrainer Berti Fuchts. Kurz darauf veröffentlichte er das Lied als Stefan Raab und die Bekloppten unter dem Titel »Berti, Berti Fuchts«. Es erreichte im Juli 1994 Platz 4. Der deutschen Hitparade. Auf der Single Bayern hat verloren der Gruppe Norbert und die Feiglinge existiert ein weiterer Titel über Fuchts namens »Mitleid« mit Berti Fuchts. Fuchts hatte 1977 einen Gastauftritt in der Folge 8 von Didi als Torwart wieder willen aus der Reihe »Nonstop Nonsens« mit Dieter Hallervorden. Einen weiteren Kurzauftritt hatte er in der Tatortfolge 403 des NDR, bei dem er seinem Nachbarn das von dem kleinen Axel vor die Tür gesetzte Kaninchen zurückbringt und dadurch die gesamte Familie vor dem Tod durch eine Gasexplosion rettet. Titel »Erfolge und Irrungen«. Als Spieler-Weltmeister, Europameister, Vize-Europameister, UEFA-Pokalsieger, Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger, Fußballer des Jahres in Deutschland, 1971-1979 als Trainer-Vize-Europameister, Europameister, 1996 die FB-Team-Weltmeister, 1990, Ehrungen 1995, Mann des Jahres im deutschen Fußball, 1996 Ehrung als Weltnationaltrainer, 1996 Bundesverdienstkreuzi Erste Klasse, Einstufung als Weltklasse in der Rangliste des deutschen Fußballs.